hallo meine sehr verehrten damen und herren und willkommen zu einer weiteren folge von diesem projekt modded survival ja wir haben uns in der letzten folge zum schluss noch mal das essen hier ein bisschen raten essen und bank gerade bei unter in die höhe zu gehen mal schauen ob wir diamanten finden ob wir andere tolle ärzte finden wir werden wir gehen wieder ganz runter genau wir sind auch hochgegangen um ok gut ich habe dazu schon ich habe es heute wieder vergessen um und holz und haben wir auch gut dabei kommt sonst ein beispiel eine langweilige arbeit du grabst dich dann kriegst du alle fälle also alle paar blöcke mal zu seite damit aus das ist mit meinen leute aber das gehört auch dazu und ich wollte euch da trotzdem mal ein bisschen eben nicht also gut wie gesagt recht langweilige aufgabe sei jetzt mal ich habe mich zu weihnachten so im deck bekommen das ist ganz nett allerdings manchmal also ich habe ihn das ist wie das und dann für dann dafür dass ein salz von vanillafood entry und gibt es auch also ist nicht schlecht kann man mal abbauen wenn wir sicher irgendwann mal brauchen wenn wir uns denn es geht ja da irgendwas und da ist die spät gekauft aber kann man machen jetzt also wir bauen jetzt ein durch und meistens ein gutes zeichen damit kann man sich ja nach einmal schon bauen aber jetzt im moment brauchen wir sind zu drehen jetzt ein bisschen dauern bis wir das finden aber das gehört dazu und ich habe keine ahnung wie man ausspricht aber das ist derzeit ich sehen fasten flossler der deutschen ich weiß es nicht muss ich mir noch und das dann wirklich aber ich keine ahnung ob das deko ist oder ob man das auch an aber wer von euch bernstein wicke im bernstein und darum gut genommen und einen dino regieren ja ob das in echt auch so funktioniert bezweifle ich allerdings ein bisschen aber man kann ja mal ich denke irgendwann werden wir von der technik her so weit sein dass es wirklich möglich ist immer dass wir uns wieder zurück können ist meine meinung also ich denke irgendwann wird die technik so weit sein dass wir aus den knochen oder keine ahnung was irgendwas also daraus dna gewinnen können und verfolgt und ich gehe ganz aber nicht und dass wir das eines tages da kann man natürlich auch durch jemanden jawohl 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 da sind sie die ersten die haben wir gebraucht ab ist kann man auch mitnehmen werden wir zum dauern brauchen auch mehr seit dem ab und redstone ist auch das sehr schön nicht das an schlimm aus war und ja aber aber abgeklemmt und dann schauen wir mal wie viele die jetzt wieder haben jetzt ist ein viermal dies jawohl viermal die er sich aber ich würde mich mal aber zuerst nein sollte ich würde sagen mit diesem tod war es das für diese folge danke fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge lassen aber da wenn ihr nichts verpassen wollt gibt ein like wenn es euch gefallen hat aber nichts machen bin ich wohl gestorben bis zum nächsten mal macht's gut bis dann und ciao